servus heute und zwar gute nachrichten für euch obi-wan knobi kommt in item shop auf jeden fall hier blende ich auf jeden fall ein bündel wie das aussieht auf jeden fall wie das kostet ich denke mal 1200.000 bestimmt 2000 sagen wir so 2000 wie was kostet das wurde bis jetzt nicht geliegt wie wir das kostet aber das wird schon bekannt gegeben dass ihr diesen skin gratis bekommen könnt wie macht am 22 mai bei obi-wan knobi cup im battle royale du format mit und erhalte die chance das outfit obi-wan knobi dieses kind ja zu verdienen bevor es im item shop erscheint auf jeden fall ich kenne persönlich nicht ich weiß nicht vielleicht ich erkenne ihn halt nicht aber der ist teil von stars wie man hintergrund sieht stars und so wird auf jeden fall dann kommt das heißt wenn ihr das video genau sieht heute ist der freitag am sonntag wird erschienen welche uhrzeit es steht noch nicht fest wenn man jetzt zum wettkampf geht wird bis jetzt noch nicht gegeben aber leute am 22 ist der fncs halbfinale ich glaube war mal da gucken wir ganz kurz welche uhrzeit das geht 19 bis 21 ich glaube ich glaube er ich weiß es nicht also ich denke mal er ich denke mal er in diese wettkampf abschneid beginnt in zwei stunden also also ich denke mir er ich denke nicht oder wann wenn man fängt am 20 19 uhr bis 22 ich denke mir eher dass alle im fncs halbfinale spielen können sonst klappt das ja nicht genau laut das worte ich auf jeden fall informieren lasst kostet uns ein leichter und abo will man sich freuen für weitere wichtige sachen ich wollte schon informieren bis dahin